Musik Besucher des Museums können heute hinter die Anlagenkulissen des Modellbahnvereins Hamburg e.V. schauen. Der Verein eröffnete am 7. Oktober 1949 diese große Modellbahnanlage mit der Spurweite 1. Das ist der Maßstab 1 zu 32. Der Ausstellungssaal ist 600 Quadratmeter groß. Die Anlage belegt davon 250 Quadratmeter. Seit dem 7. Oktober 1949 gab es schon über 69.000 Vorführungen. Die Anlage zeigt einen Querschnitt der Bahnlinien um Hamburg herum. Das Prachtstück ist der Harburger Bahnhof. Über die Elbbrücken verlaufen die Gleise über die Pfeilerbahn bis zum Hamburger Hauptbahnhof, der allerdings als Schattenbahnhof gebaut wurde. Zur Anlage gehören 143 Signale. Der Fahrbetrieb wird geregelt über die Gala- und Ringmeier-Steuerung. Es fahren 48 Dampfloks, 11 E-Lokomotiven, 19 Diesel-Lokomotiven, 8 Kleinloks sowie 15 Triebfahrzeuge, 136 Personenwagen und 202 Güterwagen. Die Gleislänge beträgt 1200 Meter. 260 Weichen sind verbaut. Ich kenne die Anlage schon seit 1954. Mein Onkel war damals hier Mitglied und nahm mich immer mit. Er baute die Dampflok BR 52, die hier gerade einen Güterzug zieht. Musik 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 Hier nun der Schattenbahnhof, wo alle Züge bei jeder Vorführung durch müssen. Auch die BR 52 von meinem Onkel dreht hier einmal ihre Runde, wo sie dann wieder zur Startposition hinter der Pfeilerbahn geleitet werden. Musik 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 Bahnhof Hamburg-Harburg. Hier hält gerade der fliegende Hamburger. Musik Fahrt frei für den fliegenden Hamburger Richtung Elbbrücken-Pfeilerbahn und Hamburg-Hauptbahnhof. Musik Im glasüberdachten Museums-Ennenhof stellten einige Vereine ihre Anlagen mit den Spurweiten Z, N, H0, 0 und 1 vor. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist Klaus. Stolz präsentiert er seine Spur 1, unter anderem mit seiner dampfenden BR 50. Und hier stellt der Köln-Raisieger-Verein seine N-Anlage aus. Musik Dampflokheizer müssen Kohlen schaufeln, Aussteller müssen den Kartoffelsalat schaufeln. Und während die Erwachsenen essen, müssen die Kinder Kinderarbeit verrichten und die Zugsteuerung übernehmen. Musik Das war ein kleiner Querschnitt. Der Schnitt über die Modellbahnausstellung im Hamburg-Museum. Musik 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 Musik